Dill, das ist einfach schlimm mit dir. Oder Ex-Austria, jen auf dem, wie man es liest. Der Weg in die Gosse ist kürzer als du denkst. So, Viktor mit 1500 AP, bringst du das zusammen? Ich glaube nicht. Das überhaupt geht? Hm, geht. Echt? Denk schon, aber brauchst du Holstealer. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versannen. Habe ich überhaupt in der Mitte? Äh... Quinn wahrscheinlich. Lucien, Quinn und Vayne, das ist klar. Das ist ein super, ja. Tugend ist Luxus. Die Versannen sind erschienen. Ich muss weiterziehen. Ich muss weiterziehen. Ich muss weiterziehen. Äh... Das? Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. What? Die Queen Toplane? Die Sin Support. Voll, die wir verarschen. Und die wir verarschen. Dramatrain. Das geht gut. Achso. Ich werde sowas komplett merkwürdig und einfach. Lucien am Mitten. Okay. Ich glaube, dass ich die eh nicht entscheiden kann. Ich werde sowas nicht spielen können. Jörg. Fuuuck. Die Mutter. Schau. Was für ein hübsches Wort. Oh, come on. Welcher Pfad führt mich nach Hause? Ja, super. Er ist das Blut. Nice. Oh, come on. Oh, come on. Wut hetzt er. Yes. Wie immer nur ein Schild gibt zum Absterben. Das ist Absterben. Ja, die Minions haben sich ja noch weiter attackiert, ne? Ja, so gesehen, natürlich. Ja, ja. Der Queen ist ungefähr dreimal so abartig wie der jetzt im vorigen Spiel. Oh, ne. Oder du bist dreimal so schlecht geworden. Oh, plötzlich. Wenn der mich zweimal anhittet, die über die halben Leben verlieren, dann könnte ich irgendwas entstimmen. Ich schätze hier. Der Kurt ist keine gute Begleitung. Der nuevo Lacher! Der letzte Blor. Äh. Der letzte Blor hat einen Hit, oder? Niemand weiß, ob er aufmachen wird. Okay, boah, ist unten. Ich hab seit gefühlt, die hat mich in den Spybusch gestellt. Wenn ich das nach oben kann. Boah, geflasht die Sonne. Ja, ich bin hundertprozentig sicher. Ich hab sie beobachtet. Ja, weil ich auch. Jo, geht nicht. Jo, lecky. Irgendwer von denen war in der Mitte. Ich weiß nicht, ob es war. Ich glaub, Quinn. Quinn ist tot. Okay. Der wird gekürt. Ja, das war 4 oder noch. Schon. Ja. 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 Ok, cool. Los, Paulos. Dann haben wir das auch geklärt. Ja. Ja, komm, Alter, spring mit Honest on. Boah! Ja, komm! Ey, das gibst du nicht, oder? Jetzt. Nice. Ultra nice. Bring me on! Diese Geschichte ist noch nicht zu... Keine Coo mehr? Nein, war noch, cool dann. Scheiße, cool. Was ich nicht? Ausflug ihn! Steh in den Weg! Gerechtigkeit. Ah, nah, nicht schon wieder. Diese Klinge wird nie leichter. Achtung, die Dings kommt. What? Warum sind wir wieder zurückgesprungen? Was war das? Was? 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 Ich hab nur dafür... Ich hab nur... Ausschließlich danach geguckt, dass ich noch das Schild auf mich bekomme. Ja, hab ich nicht gemacht. Ja komm, Alter! Abschlingzeit von 8 Minuten oder was? Sau da. Niemand weiß, ob er aufmachen wird. Ja, ich hab... Ich hab mir einen Schild mitgekommen, stille ich vor. Ich hab mir eine Schilderung erzeugen. Die Mitte ist gerade weg, wo ich zuhause bin. Ich bin auf dem Weg Phil. Oh nein, oh nein Phil, oh nein. Wir haben nur einen Krieg. Ich brauchte zu lange bei der alten Sommer sein, das tut mir leid. Oh, Alter. Fuck. Ich will den Wolf nicht nehmen. Ich werde nicht vergessen, wer ich bin. Du! Stell dich dem Wink! Schierst. Ich muss weiterziehen. Auf die Augen. Ja, komm. Oh, bitte. Ein Gegner ist im Herzen. Nicht im Namen. Kann es sein, dass wir den Herald machen wollen? Ja. Ich gehe. Ich finde es oben. Wenn du den Weg in die Gosse bist, wird so als du denkst. Dann machen wir ihn einfach mal. Null Chance, du hier oben. Kann ich anziehen. Kann ich anziehen. Kann ich anziehen. Pass auf, ich bin oft so boog. Das ist irre. Zugend des Luxus. Loll. Brutal. Na, na. Kriegen jetzt mehr mit. Wo ist die Wave? Wo ist die Wave? Wo ist die Wave? Waaah. Oh, schweiß. Was? Waaah. Ich kann mal an ein Herzen, wo... Wie sind die jetzt? What? Ich meine, Kuh ging nicht mehr raus. Dadurch hätte ich ein Schild bekommen. Okay. Waaah. Waaah. Warst du nicht Full Life? Nee, ich hab's noch nicht raus. und nicht mal mehr ein Viertel leben. Achso. Das ist ja dauer. Der Weg in die Gosse ist kürzer als du denkst. Der Weg verlinkt. Wenn auf die Gosse ist, ist das ein Fisch. Auf sieh ich vor. Heheheh! Achtung, Quint kommt runter. Ja, Quint wartet da drauf auf sie. Ah, ist das so schön. Bis mal in der Mitte durch. Mitte, 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 Mitte. Ja, ich muss den Leader herumhelfen, weil er einfach so gut ist. Ah, knapp. Oh, das ist ein Luxus. Oh, noch mal, oder? Ah, gut. Weswegen? Sind Blätter nur zum Teil geschaffen? Ja, lieber, lieber. Ah, so ist es mir jetzt getroffen. Oh, ich bin richtig warm. Ich mach nicht mehr viel. Ein Laser noch, das war's. Ich will bollene fahren gleich. Und, und, und? Ja. Blup. Hahaha. Scheiße. Sehr gut. Manchmal muss man nur fest sein und einfach stehen bleiben. Oh, ein Fiore-Line. Ah, ich hab Teleport mit noch von der, von der Top-Line gerade, merk ich nicht so. Ich folge diesem Pfad bis zum Ende. Sind die jetzt hin verschwunden? Ah. Oh, ah. Oh. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, der fetter Lee hätt ich wissen. Hehe. Ah. Oh, okay. Wieso habe ich denn jetzt bekommen mit so einem Last-Hit? Ja, der Last-Hit, der kriegt den Buff vom Herold. Das ist frisch. Boah, let the wave clear. Oh, das ist halt eine geschätzte Stunde für den Zwift Cutter. Das ist keine gute Begleitung. Oh. Ich kann nur zum Fein. Ich kann nichts. Boah, boah. Ah, ja. Die kommen von hinten, die können, aber passt auf, geht hinter eine Tower. Boah, okay. Den Nodos meinte ich. Ah, ich hab meine Ulti vergessen. Ich wollte... Ich hab falsch gedacht. Dann hättest er überlebt. Ja, wenn mein Q schneller rausgekommen wäre, dann hätt ich auch überlebt und passiert. Wir haben auch schon wieder nur Ali, ne? Ja. Ja. Ja, komm. Wo sind die jetzt herkommen? Ja, da müssen die alle so low wegkommen. Das ist... Das gibst du nicht. Nee. Ich glaub, das gibst es. Und extra kein Skill mehr benutzen, weil ich dachte, passiert eh nix mehr. Scheiße. Nice. Nice. Du brauchst noch ein bisschen AFK, ne? Egal. Ja, super. Danke. Nach den scheiß Tower. Warum krieg ich so Schaden? Und so. Vier Sekunden, Drake. Mhm. Ein Gegner wurde getötet. Auf, mit K green, Vibot! Grabe, oder die story? Raaah, Mann! Möö, was machen? Ingenieur mache ich immer nur Quatsch, wenn die Kredner auf mich draufbringen. Immer nur was Falsches Guck mal, ob die hinten kommt Das schafft man, wie viel Ach, Quinn von hinten Ja, die kommt Halt Jo, komm Hatten ihr gebaut, dass ihr so einen inventen Schaden macht? Hat noch nicht durch viel Ach, ich soll Ach, ich bleibe da noch WTF Warum? Für früh, hm? Können wir machen Style Ein Wanderer ist nicht immer Bild auf mich Ah Okay Ach, wegen der Extras-Angross, ne? Ja Ah, Quinn kommt Ja, die geht weiter zur Toplane Ja Ich bleib mal Mitte Zum Abblenden Da sollte man nicht abhauen Alter Nicht Oh Was? Ich bin Schaden Ich bin Schaden Ich hab's gerade voll scheiße gebaut Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin In Oh Ich bin Ich bin Ich bin Wirklich Du bist im Herzen! Ding ding! Gerechtigkeit! Robse macht ein Grid-Teil mal auf einen anderen, ich hab schon bald 100% Auf Yasuo, weil... Yasuo hat auch schon 100% Ja, ich mach das gleich auf die Nur auf Quint, nur auf Quint Oh! Oh, das ist ein Toa! Oh! Fuck! Hast du jetzt echt noch geschafft? Ja, in 26 Minuten Fuck! Okay Jo Passt Das sind halt so gute Matches!